Welche Farbe hat die Unterwäsche von Charlie XCX? Diese Frage stellt die britische Musikerin Charlie XCX in ihrem neuen Song Guest Featuring Billie Eilish. Im dazugehörigen Musikvideo erklimmen die beiden Künstlerinnen einen Berg Unterwäsche. Dahinter steckt ein guter Zweck. Alle ungetragene Unterwäsche wird an Überlebende häuslicher Gewalt durch I Support the Girls gespendet. Die Wohltätigkeitsorganisation schrieb dazu auf X. Es ist buchstäblich der Geburtstag von Charlie XCX, aber sie hat uns das größte Geschenk gemacht. Wir sind so unglaublich dankbar für die riesige Spende von rund 10.000 Paar Unterwäsche und BHs aus dem Guest-Musikvideo mit Billie Eilish. Eine lebensverändernde Kollaboration, die buchstäblich tausende von Leben verändert.